Gönn dir. Gönnung. Hallo. Wir fahren jetzt Richtung zweite, äh, jetzt Richtung dritte Gunmark. Mit der, mit der rascher Fahne. Die Fahne wird wieder zum Sieg getragen. So sieht's aus, man. So sieht's aus. Ah, der Witz ist ja, die Fahne ist einfach der Cap-Kreis für den Gegner. Einfach, der Gegner will direkt wieder Cap'n kommen. Mobiler Cap-Kreis. So, okay, schauen wir mal, was hier wieder in die Mitte reinugert. Bin dann leider auch ein bisschen zu langsam, wenn da jetzt ein Scout oder so hochgefahren ist. Dann kann der natürlich gar nichts nehmen. Na, genau das passiert dann. Genau das. Da steht nämlich schon T21 drin. Ach komm schon. Bitte, Alter, ist was. Wie zu spät aufgegangen. Ach komm schon, jetzt ist hier ein Scout halt drin. Mein Panzer ist ja doch zu langsam für sowas. Das würde ich nicht machen, da zu schießen, aber okay. Witzig, der Mensch. Wir haben nichts in der Mitte, ne? Das ist... Unreal ist das. Jetzt lassen sie sich alle von diesem Pavlak-Vieh abernten. Das ist traurig. Ich schaue in die Mitte rein. Was soll's? Das hat ja keinen Wert. Das Game ist lost. Das ist lost. Kicks, glaublich. Jo, moin. Geiler Name und herzlich willkommen. Wahnsinn. Na ja, da ist doch schon das Gegner-Scout. 1600 HP sind schon wieder weg, Mann. Komm schon. Komm schon. Ach, komm schon. Nee, das kann nicht sein, ey, oder? Das kann doch nicht sein. Was machst du? In Cover 2? Ich bounce an ihm. So gut gewinkelt, ne? Türkisch Armat Force. Ich seh's doch bis hierhin. Das ist ein Plan-Logo da. Ja, tap. Türkisch Armat Bots. Was hat irgendwas aufgehangen? 12T noch mal gespottet. Also wieder. Wahrscheinlich hier reinbleiben wollen, ne? Ich muss aufpassen, wie ich aufgeh'ne. Dem Scout da. Sollte er connected haben. Das Scheiße, das ist jetzt leid. Das ist fast rick. Shit. Schade. Jetzt hat man fast die Mitte gewonnen. Nur fast. Type 64 da hinten. Schade. Wenn auch deinen Schatz machen, der Cover 2. Die hätt ich halt gerne da gekillt, schade die 2. Schon am Type 64 abschießen können. Nice. Leichten Highroll. Ich bin aufgehangen. Track, track, track. Track ich den nicht? Ich versteh's nicht. Ich mach' jetzt ein kleines Risiko. Versuch' den hier zu pushen. Hoffentlich ist der KV 2 gerade nicht eingeaimt. Ich hoffe's mal. Da ist die Artie, hab' ja gesehen, den Tracer. Jetzt kurz zu weit safe gehen. 2 steht da unten. Jetzt haben wir nix in die Mitte, ne? Das ist schon mal Gold wert. Trotzdem weg jetzt wegen der Artie. Geben da. Ja. Jetzt hab ich die KV 2 und so. Da vorne steht die M44. Ja. Da vorne steht die M44. Bin ich auf? Bin ich auf? Bin ich auf? Nein. Nice. Das ist gar nicht die Artie gefunden. Okay, ich bin irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich bin immer zu schlecht. Die Artie zu treffen. Komm, bitte, 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 bitte. Beweg' dich nicht. Voll. Das ist schon mal nice. Doppelwusch, doppelwusch. Nimm ihn hier. Das ist ja auch One-Shot fast schon. Holy shit, ey. Ja, moin, Bartmensch. Erstmal. Erstmal moin. Nimm ihn raus, komm. Killeen, der hat Reload. Der Reload nah. Der hat nah. Der hat nah. Der hat nah. Der hat nah. Ähm. So. Hab den ohne Tryhard. Dann magst du sehen. Ähm. Ja, was willst du mir damit jetzt sagen? Ist das nicht okay, der tut ein. Hey, da sind sie, Mann. So. Das wird noch nicht. Munition wird wieder knapp, aber das reicht dieses Mal, passt schon, gut wenn ich solche Schüsse machen. Sag mal, er steht doch da oben einschießbar, oder? Das ist doch jetzt nicht so schwer, Team. Ja, ich weiß nicht, warum meine, ich fahre jetzt rein, meine Schüsse fallen sowieso nur in den Boden. So. Gut. Team ist halt einfach nur strunz. Wir haben 500 HP Vorsprung. Ich muss tryharden, ich muss tryharden wieder. Müssen wir da aufpassen, wenn ich Vorsprung. Das ist schon wieder viel zu knapp. 500 HP, ne? Das ist gar nichts. Es ist traurig, dass es actually so knapp ist. Extrem traurig. Einmal angeschossen, schon kommt der raus, ne? Ach, dass es sehr gut geht. Das glaube ich dir gerne. Das geht mit vielen Panzern. Aber falls du das jetzt auf meinem, ja, tryhard Setup andeuten willst, ja, ich tryharde halt deswegen, weil ich einfach eine Effizienz, ähm, eine gewisse Effizienz beim Gunmarken haben möchte. Ich werde zwei Tage dafür brauchen und nicht zwei Wochen. Und ja, das geht sicherlich sehr gut. Ich meine, die Anforderung, wo liegt die denn? Bei 1500, ne? Die liegt sehr niedrig, ja. Aber ich mache im Moment doppelt so viel. Ich fahre locker über 3000 Combined oder so auf dem Panzer. Das heißt, rechne, rechne, rechne. 1500 ist die Anforderung. Ich fahre 3000 Combined. Genau, ich brauche nur die Hälfte der Gefechte, um die Gunmark zu holen, als wenn ich jetzt genau quasi das Minimum machen würde. Geht einfach nur schneller. Mehr nicht fertig. Siehst du, da ist der dritte Gunmark. Effizient ist das. 3.200 Schaden, 6 Kills, 600 Spot. Habe gar nicht drauf geachtet. Das war schon die dritte. Fertig. Es geht einfach nur rein, um wie viele Gefechte brauche ich. In dem Fall habe ich jetzt, wie viele Gefechte habe ich jetzt gebraucht? 45. Klar kann man das mit einem anderen Setup auch machen. In 90 Gefechten zum Beispiel. Wenn ich jetzt genau Average gespielt hätte, wären es 90 Games oder 100. Wahrscheinlich 100, ne? Bei Gunmark wird ja aus 100 Gefechten berechnet. So habe ich 45 gebraucht für eine dritte Gunmark. Ist, finde ich, okay.